BALCONY TV Hallo bei BALCONY TV Wien vom Balkon der Sternwarte Urania. Aus Berlin zu Gast heute Robby Maria mit dem Song DAYS IN THE CITY I woke up this morning to the sound of cars hissing by my window on the boulevard of the city I know it sounds silly when you lived here long but maybe I got used to get abused by the city Memories fade away Fade away Memories fade away into the grave of my early days And this is the place where the children hide Playground Berlin with its downtown wall Through the city Through the city Through the city All you pretty diamonds On the sidewalk of the sun Meet up in the cafes Turn the world around In your city 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 Memories fade away 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin in einem super kleinen Dorf in Süddeutschland geboren, 6000 Menschen und bin mit 22 dann, weil da kannst du irgendwann nicht mehr richtig Musik machen, weiter nach Los Angeles zu einem Bekannten gezogen, bin auf die Couch, hab dort so ziemlich mit Drogen, mit Tees hoch, alles durchgemacht, hab sehr viel gelernt, bin dann nach Südamerika, hab dort zwei Jahre mit einem Eingeborenenstamm gelebt, weil ich in Hollywood gelernt habe, wie dieses Musik-Business funktioniert und damit wollte ich überhaupt nichts, gar nichts zu tun haben und wollte aussteigen, hab das gemacht und mir hat es trotzdem irgendwann gefehlt, das Musik machen auf einer Bühne und dann bin ich über verschiedene Stationen, ich hab mich fast sieben Jahre rumgetrieben, in Kathmandu, in Nepal, Himalaya, ich war ständig auf der Flucht und bin dann irgendwann zurück nach Berlin gekommen und hab dort dann angefangen professionelle Musik zu machen, das heißt dieses Business, diese Seite zu akzeptieren und bin jetzt auf meiner ersten Tour, ja für ... Also nach der Rückkehr hast du deine Platte passenderweise ... Metropolis, weil ich hab genug zu sagen über diese ... Guayaquil in Ecuador ist ja ein Traum, sowohl schöne Seiten als auch schlechte Seiten, es gibt genug zu sagen über diese ganzen riesen, verrückten Städte auf dieser Welt und so heißt das Album Metropolis. Ja, wer mehr hören möchte, Robbie Maria ist gerade zu Gast in Wien, spielt am 2. im Loft Werfenfelder Gürtel. Ja, ganz genau. RobbieMaria.com? Mit Bernd Salat, österreichischen Wiener Songwriters, wir spielen zu zweit und bestreiten den Abend. Wunderbar, danke fürs Kommen. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.